der herbst der herbst der herbst ist da und heute beenden wir hoffentlich das community center endlich hat ja nur ein dreiviertel jahre gedauert okay anderthalb wenn man wenn wir es jetzt schnell hinkriegen geiste sind leicht verstört wunderschöner sonniger tag morgen und seltener saad es dauert nur 24 tage ja süßeste frucht genau das hat mir schon alles so pass auf wir müssten den fisch hier den brauchen wir heute als erstes regnerisch wir haben noch regentotems oder ich meine werden die tage noch welche bekommen letzte woche genau wird nie das ist das sind strand totems wo ist das regentotem da wir müssen leider dafür sorgen dass der wetter bericht morgen unrecht hat tut mir leid kann ich nicht ändern so da die saad vom letzten mal moment kaffeesucht da die saad noch vom sommer das hier alles planiert gehalten nicht planiert gehackt bestellt ich weiß gerade nicht was der fachbegriff ist ich bin kein bauer haben wir das den vorteil dass wir jetzt relativ wenig zu tun haben ach die fasern sind auch durch nice müssen wir kurz ein bisschen aufräumen und dann kann ich mich hier schon ich habe immer im kopf dass die iridium sachen dass die ein fünf mal fünf fällt machen nicht ein sechs mal drei so das ist montag das heißt wir könnten ganz normal zu pia wäre auch blöd am ersten wenn das ich finde es ja toll dass die sprichler inzwischen nicht mehr weggeschnetzelt werden wenn man was hackt da hier bestellt aber und man das nicht auch für die rargrows machen so pass auf wo habe ich den den hingetan hier ich weiß eh nicht wo die wo die reichweiten enden ich glaube die sind irgendwo hier vorbei und gießen müssen wir den ganzen rotz ja gleich auch noch so pass auf du dann gehen wir gleich zu pia wurden wieder tausend samen ist mehr als wir brauchen aber sei es drum so hier so wie war das hier hier ging genau hier hatten wir die die dinger die blumen bei der gelegenheit schauen wir doch noch direkt mal aufs bord penny hat morgen geburtstag das sollten wir uns merken diamant ja gut sie war mir penny ist penny auf 10 also auf 8 penny nee aber ist sie danach elliot müssen wir uns auch merken jody sollte es merken abigail sandy da müssen wir okay das ist sowieso dann im nächsten stream aber das damit wird auf jeden fall in die wüste dann ist das volksfest was keiner mag also beim volksfest gäbe es eigentlich gar nichts mehr zu tun und dann dass die geister nach marnie robin haben wir glaube ich schon auf ja robin haben wir schon fast auf 10 george das sollten wir auf jeden fall mitnehmen wir haben ja einfach schon auf 5 so drei tiger foren ja wird glaube ich nicht passieren außer sie wecken sie schon zufällig auch da ich wollte schon fast sagen sie wächst außer sie stimmt zufälligerweise auch da wo das andere ding wächst so pass auf was hat damit das benötigen wir nicht das benötigen wir für den honig artischocke kann ich nein ich kann nicht doch hier polykultur wir brauchen tatsächlich noch also darauf hätte ich mal mehr achten müssen aber gut so dann sonnenblumensaat amaranth so wie sieht es hier aus brauchen wir noch zum kochen haben wir noch welche ähm aber jody will glaube ich welche haben ich glaube jody oder hat war das im ersten jahr das jody nach einem kürbis fragt mais brauchen wir nicht so viele auberginen weiß ich gerade auch nicht ob wir noch welche haben jetzt ist glaube ich mein inventar schon voll ne äh kein mensch braucht die weiß algen die waren jetzt bestimmt für aus irgendeinem grund noch da unten aber ich glaube da unten habe ich die geschenke reingepackt egal die dinger kriege ich nachgeschmissen senfkohl so kein mensch braucht den kiefern zapfen süßkartoffeln brauchen wir auch noch und dann brauchen wir noch ein slot für die preise bären pass auf wir brauchen keinen stein ist noch nicht harry potter so dann reichen hiervon aber 900 ähm ok so viele können wir uns gar nicht leisten zu früh gefreut gucken wir mal ob wir vielleicht noch ein bisschen geld reinkriegen lass uns mal gucken wie viel braucht der sieben tage und danach alle fünf tage so pass auf die blume brauchen wir da oben dann am rand vielleicht ein zombie what ist eigentlich das falsche spiel für zombies bis Untertitelung des ZDF, 2020 Chat wieder am Trollen hier. Na, ich wollte nicht chatten. So, pass auf, was hat er gesagt? Auberginen brauchen wir nur zum Kochen und was anderes noch. So, dass die nicht irgendwie da reinfällt. Ich weiß nicht, ob das mit Blumen passieren kann, aber okay. Pass auf, wir holen mal kurz alles, was irgendwie vertickt werden kann. Und holen wir noch mehr Preisebärsamen. Ähm, Dinosaurier-Mayonnaise war für einmal liefern und einmal verlassener Jojamaat. Ich weiß gerade nur nicht, hatte ich dafür schon was zur Seite gelegt. Ja. Okay, dann kann er mich direkt, äh, hier rein. Ulti ist blind. Ich bin nicht Ulti. Ulti ist jemand anderes. So, es gibt jetzt noch ein bisschen was. Wir packen mal das Holz weg und die... Und... Den Leben behalten wir. Reut, Eier, die Dinger. Damit gehen wir dann mal zu Pierre. Ich glaube, bis 16 Uhr hat er. Ich komme mir so langsam vor, obwohl ich bloß 1 Geschwindigkeit habe. So, Wolle benötigen wir für nichts. Emily liebt das, aber ich glaube, Emily haben wir schon auf, äh... Ja, Emily, Emily ist, äh... Emily liebt uns. So. Kein... Gut, wir haben ja schon ein paar von den Samen gepflanzt, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt eine schöne Zahl ergibt. Aber zumindest haben wir genug Geld über, falls wir doch noch in die Wüste wollen, ohne direkt einen Totem zu benutzen. So, Chad, mit dran denken, morgen hat Penny Geburtstag, müssen wir einen Diamanten bringen. Wie lange dauert das? Einen Tag 20. Also wir werden nicht zu lange pleite sein. Ähm... Okay, ich sehe gerade nicht, was da ist. Warum ist... Hä? Okay, okay, das ist schon gepflanzt, ich sehe es nur nicht wegen der Vogelscheuchen. Fun Fact, ich glaube, Vogelscheuchen wären so, wie wir hier sie aufgestellt haben, total nutzlos. Weil, soviel ich weiß, zumindest die schlaueren Vögel, also hier gerade Raben und so, merken halt irgendwann, dass das nur Attrappen sind, wenn man sie nicht zumindest mal regelmäßig bewegt. Okay. Und das ist ein Grund, dass du die Leisten nicht durchschaltest. Ach, mit, ja, mit Tab. Ich glaube, das geht auch nur mit den ersten drei Reihen, weil ich habe ja noch das zusätzliche Rucksack-Upgrade aus der einen Mod. Aber nein, es hat keinem so einen Grund, außer, dass ich es halt eigentlich nicht im Kopf habe. Und beziehungsweise ich mach halt, also ich schiebe die Sachen, die ich brauche halt lieber nochmal manuell in die Hotbar. Warte, ist das immer noch nicht erntereif? Nee, er ist im... Warte, ich hab... Drücke zum Schließen F4. Ja, aber nicht Alt-F4, bitte. Ich darf es noch nicht ernten, aber die Fasern sind weit genug, dass sie mich schon verlangsamen. Total toll. Komm, ich muss immer noch gießen. Irgendwie haben wir die Reihe hier komplett übersprungen. Wofür ist das schwer zum Kämpfen, wenn wir in die Minen gehen und gegen Monster kämpfen? Ich darf es noch nicht ernten, wenn wir in die Minen gehen, wenn wir in die Minen gehen. So, damit müsste ich eigentlich alles haben, was... Okay, die Reihe hier sollte ich jetzt nicht vergessen. Sonst würde mich das den Rest der Jahreszeit stören, dass das nicht korrekt ist. Aber der Rest, wo gepflanzt ist, ist alles total toll. So, pass auf. Das kann weg. Der Lehm kann weg. Wir haben noch so viel Kohle, ja, von denen stimmt, wir haben ja noch hier, wir haben ja noch hier ein bisschen was zu tun. Ich glaube, das andere Ding hatten wir voll gemacht, aber wir brauchen noch ganz viele Einmachgläser. Oder Einmachfässer, besser gesagt. Wie nennen sie die Dinge? Einmachgefäße, ja. Sieht ziemlich angestrengt aus beim Gießen. Ja gut, wenn du auch 18 Quadratmeter gleichzeitig gießt, dann... Also die Wassermenge, die da drin sein muss, stelle ich mir nicht leicht vor. Wolke ich mit Windböen. Geister sind heute sehr glücklich. Ja super, jetzt wo ich angeln muss. So, was stand da? Ab 12 Uhr. Berge, Stadt, unentdeckter Wald, Wald. Hey, Shane hat mir einfach eine Pizza gebracht. Du hast eine Katze, ja, ich hab eine Katze. Das Spiel fragt dich praktisch direkt bei der Charaktererstellung schon, ob du eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch bist. So, pass auf, wir gehen mal kurz in den geheimen Wald. Ich brauche... Weil ich weiß gerade nicht, wie viel Hartholz ich habe. Und ich werde es wahrscheinlich heute noch brauchen. Ich weiß nicht, ob es 100 oder 150 waren. Ich habe ja auch für das Haus-Upgrade einiges hergegeben. 40. Dann holen wir mal die 12 aus dem Wald und dann fällen wir die Marconi-Bäume. Ich hätte natürlich auch mal... Ich muss mir mal angewöhnen, dass ich für so Strecken das Pferd nehme. Team beide. Also ich sag mal so, ich hätte... Ich würde tatsächlich... Also ich bin mit Hunden groß geworden. Aber wenn ich mich zwischen einem von beiden entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eine Katze auch bevorzugen. Brauchen wir die noch? Lebenselixier. Haben wir das nicht schon? Habe ich nicht letztes... Letztes was gecraftet? Wofür ich die ganzen Pilze gebraucht habe? Wird ich jetzt total bescheuert? Eins davon habe ich hergestellt. Okay, ja. Dann brauche ich den ja nicht mehr, ne? Aha, okay, Linus mag das. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, wir müssen dran denken. Penny, wo auch immer sie gerade ist, kriegt einen Diamanten von uns. Pass auf, wir sind gerade hier. Machst du dieses Wiki auf? Aber das ist eine Extra-Mod, die dann praktisch so ein F1-Menü hinzugefügt. Das habe ich mir dann installiert, damit ich nicht ständig im Stream halt das Wiki aufmachen muss. Wie eine Statue will kein Mensch haben. Ich kann sie nicht... Warum kann ich sie nicht wegschmeißen? Ich will sie wegschmeißen! Hallo, Spiel! Ich will sie wegtun. Wieso kann ich sie nicht wegschmeißen? Kein Platz mehr für Mixed Seeds. Tschüss, Set. Wieso kann ich nichts wegschmeißen? Was soll das? Warte, das ist... Oh, weil es... Ich verstehe, weil es hier... Weil ich es irgendwie gefavoritete habe aus Versehen. Hier wird nichts weggeschmissen. Das kann man alles noch brauchen. Ja, dann komm her und nimm es mir ab. Boah, wir haben noch so viele Sprinkler. Ähm... Das ist dezent nervig. Ja, also diese... Diese Favorite-Mods, das funktioniert gar nicht mal so gut mit... Mit der erweiterten Inventar-Mod, die ich habe. Ich habe doch schon... schon keinen Platz mehr für das Zeug, was man eventuell noch brauchen könnte. Äh, ja, Creative ist übrigens, äh, confirmter Messi. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt, äh, outen muss, aber sonst ergibt das, glaube ich, keinen Sinn für Chat. So, einfach jetzt nichts mehr favoriten, bitte. Wir müssen mal wieder Bait-Craften. Wie ging das nochmal? Nein! Käfer, Fleisch und, äh, Schleim. Haben wir doch beides. Pack alles in deine Kiste, was du noch eigentlich noch nicht rausgeholt hast, kann weg. Ja gut, das trifft nicht wirklich zu, wenn es um Sachen geht, an denen zum Beispiel Erinnerungen hängen. So, wir haben jetzt zwei Fischarten sogar, die wir noch nicht haben. Habe ich so viele Dinosaurier-Ei... Achso, die habe ich vorhin nicht, äh, Pierre gegeben. Ich glaube, die waren wahrscheinlich auch als, äh, markiert als, als Favorit und deshalb konnte ich sie nicht verkaufen. Schätze ich mal. Ähm, Dinosaurier-Mayonnaise kann ich von hier aus nicht anklicken. Ist auch nur ein, ein gemochtes Geschenk. Pass auf. Das heißt, das verticken wir gleich auch. Oh, der hier hat aber auch irgendwie... Dafür, dass es ein normaler Fisch ist, hat er ziemlich krasse Patterns. Hier, komm her. Ähm, ja. Und, ähm. Komm schon, es gibt eine 32% Chance, dass es einer von den beiden Fischen ist, die ich noch nicht habe. Das ist der eine. Glasaugenbarsch, genau, den wollte ich haben. So, was ist mit dem anderen Fisch, der hier jetzt rumleucht? Muss es für den auch regnen? Wüste. Statt, Wald, Fluss. Okay, es ist ihm also schon mal egal. Aber trotzdem, wir sind gerade hier. Okay. Okay. Das war's für heute. Hallo, kann der 15% Fisch bitte mal kommen? Das war's für heute. So, tschüss. So, noch ein Glasaugenbarsch. Da ist einfach ein Fischspot, aber ich glaube, der bringt uns jetzt auch nicht so viel. Weil ich glaube, wir können den von keiner, also ich weiß halt leider überhaupt nicht, wie man das, ja, ich glaube, kann man den überhaupt erreichen? Ich wüsste nicht, von welchem Ort aus, weil auf die andere Seite von dem Schluss kommen wir ja nicht. Ein Iridiumblaubarsch. So, tschüss Erdkristall. So, tschüss. So, tschüss. Gib mir den scheiß Fischspiel. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss. Okay, brauchen wir nur noch fürs Gemeinschaftszentrum, ansonsten ist der total überflüssig. So, tschüss. So, tschüss. Das war's für heute. Gleich ist wahrscheinlich der Zeitraum vorbei und dann, ne gut, der braucht wenigstens kein bestimmtes Wetter, so kann ich den ja jederzeit holen, aber trotzdem. Ich glaube, der hat noch eine Stunde längeres Zeitfenster als der andere, das heißt, die Chance könnte sich jetzt noch verschieben. Ich habe Penny nicht vergessen, keine Sorge. Da, endlich. Hat ja lang genug gedauert jetzt. Ein Lachs. So, wo ist Penny um diese Zeit? Okay, ganz ehrlich, ich fange jetzt nicht noch eine extra Tigerforelle für ihn. Penny ist in ihrem Wohnwagen. Das ist ja gut, das ist ja nicht ihr Wohnwagen, sondern der von ihrer Mutter. Oh, das ist natürlich eine tolle Cutscene für ihren Geburtstag. Das ist ja gut, das ist ja gut. Das ist ja gut, das ist ja gut, das ist ja gut, das ist ja gut. Natürlich passieren. Unter Umständen hat man den Bus gehört, der gerade vor der Haustür stand. Das ist ja gut, das ist ja gut, das ist ja gut. Ich finde es toll, dass wir den Satz noch mitkriegen, obwohl wir schon längst draußen sind. So, aber jetzt gehen wir direkt wieder... Jetzt kommt aber die nächste Szene, weil wir da die ganze Zeit drauf gewartet haben. Aber ich glaube, das ist, weil ich die eine Quest erfüllt habe, oder? Irgendwann im Frühling oder so und jetzt ein halbes Jahr später geht sie ja da ran. Okay, jetzt mochte sie das Zeug nicht mal. So, sie ist auf acht, sehr schön. Was haben wir hier? Tintenkind. Was? Was? Tintenkind. Was? Tintenkind? Zwei Tage. Warte. Wo, welchen Devin spawnen die? Ach, die Dinger, diese Ab Level 81 Diese roten Monddinger Ich denke, bei den Dingern eine Menge, aber ganz bestimmt nicht Tintenfisch oder Tintenkind Erbstsaat, da sollten wir uns auf jeden Fall mal drum kümmern Und ja, das andere Ding auch Irgendwann mal So, es wird Zeit, das Community Center endlich zu vollenden Mit der nutzlosesten Belohnung übrigens Wow, das ist wirklich mau Oh, tschüss Junimos Die Viecher sind doch schon süß Habe ich erwähnt, dass die Viecher sausüß sind? Und sie sind in die Geisterwelt zurückgekehrt So, wer pflegt jetzt das Ding hier? Weil ich war es ja nicht Also, ich habe es ja nicht wieder aufgebaut Also Wird es in absehbarer Zeit wahrscheinlich eh wieder zusammenfallen Weil sich keiner drum kümmert Brauche ich den Lachs für irgendwas? Lachs-Mahlzeit Ja Okay, den Lachs müssen wir behalten Lachs-Argen-Barsch Blau-Barsch Blau-Barsch Katzenfisch Nein Nein Hier Die ganzen Minenfische müssen wir auch noch irgendwann holen Ich wollte ja eigentlich hier das mit den Fischen beendet haben in diesem Jahr noch So, hallo Schattentyp Ich wollte jetzt eigentlich den Expresso trinken Ich wollte den Käse essen Komm, normalerweise spawnen die Viecher ja nicht alleine also reicht es ja, wenn ich einmal welchen begegne So Die Geode nehmen wir auch mal mit weil ich habe das Gefühl von denen Ich weiß leider nicht genau, wie die Geoden funktionieren Hat die Omni-Geode wirklich alles? Und könnten die anderen Geoden vielleicht besser sein um die paar Lücken zu füllen, die noch bleiben Sieht nicht so aus, als wäre hier was Wie viel Jahr hat es denn hier? Jetzt würde das Zeug eigentlich nicht mehr benötigen So Pass auf, der Schleim kann weg Ich habe gesagt, der Schleim kann weg Dann nehmen wir die Feuerquarze zumindest noch mit Was fehlt noch an Mineradien? Ähm Ja Nur noch eins Ähm Tigerauge fehlt Sam liebt das Okay, krass Das habe ich mir noch nie gesehen Und was die Artefakte angeht fehlen uns noch ein paar mehr Elfische Juwelen Angeschlagen Amphore Merkwürdige Puppe Noch eine merkwürdige Puppe Und die Skeletthand Es wird spät Ja, dann gib mir die Tintendinger da Und dann ist alles gut Ja, wo laufen sie denn? Ja, nee Ich glaube, die Questen lassen wir mal Nein Großartestelle So, der Lachs kann weg So, den Huhnfischer Wie aber Lachs hatten wir jetzt gerade zum ersten Mal gefangen So, der Lachs hat sich gerade zum ersten Mal gefangen Okay, wir hatten diese Ausgabe der Königin der Soßen anscheinend schon verpasst. Hat er nicht einen einzigartigen Geschmack. Ja, danke für das Lob. Also, ich finde, bei uns geht es mit der Ebenentemperatur. Oder ich bin es zumindest inzwischen gewohnt. Ich meine, gut, die Chins werden wahrscheinlich ein bisschen mehr leiden darunter. So, wofür brauchte ich die noch? Ich hatte irgendwas vor damit. Hier, ja, ich muss 15 liefern. Und Fischtaco. Boah, ist doch nicht normal. Genau, und hier die Radieschen, die waren für, äh, für Louis. Habe ich die anderen Radieschen hingepackt? Die Wappen mussten ja wie alle die gleiche Qualität haben, ne? Irgendwie so. Und wir müssen mal gezielt die, äh, Beziehung zum Zauberer pushen, würde ich behaupten. Ab, ich habe nichts hier, was dem Zauberer gefällt, ne? Was ist das für Elliot? Liefere noch zwei. Ja, das können wir arrangieren. Warte, wer liebt noch Diamanten? Achso, hier, ja, das lieben einige. Trüffelöl, Havi. Wo habe ich die reingetan? Hier. So. Hier war auch noch Kochzeug drin. Also auf Zauberer. Dann gehen wir zu Louis für die Radieschen. Wir haben jetzt gerade auf die Stelle nichts. Ich muss bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal in die Mine die Sachen ablegen. Ah, ja, genau, hier. So, das ganze Zeug ist jetzt nämlich auch durch. Da sollte ich vielleicht mal schauen, dass wir noch mehr Zeug haben. Dann kriegen wir nämlich endlich wieder Geld rein. Würde ich schon im Überblick sterben. Also ich bin tatsächlich vor ein paar Wochen überrascht worden, welche Temperaturen Menschen darunter den richtigen Widerungen aushalten können. Weil wir waren in der Therme erdig. Und da gibt es ja auch irgendwie 30 verschiedene Saunen. Ich glaube, alles von 45 Grad bis ich glaube, einer hat sogar 100 Grad. Da wird einem erstmal klar, was alles möglich ist. Klar, die Rückluftfeuchtigkeit spielt ja auch noch eine Rolle und so. Aber ich glaube, das heißeste, wo ich dann am Ende drin war, war 70 Grad. Und da hatten wir leider das Pech, dass kein freier Platz mal mehr war, weil es zu voll war. Und natürlich ist, je weiter du oben sitzen musst, desto schwieriger ist es. 27 Grad Kelvin wären für dich hier ganz angenehm. What? Das wage ich mal zu bezweifeln, to be honest. Also ich glaube, dagegen ist selbst eine Stickstoffpizza ein Klacks. Also das will ich sehen, dass du minus 246 Grad Celsius aushältst. Ich habe die Kinder für einen kleinen Schulhaus zurück aus Land gemacht. Girl! Die Kinder leben hier! Das ist jetzt hier für die nichts... Das sind keine Stadtkinder, die denken, dass eine Kuh lila ist. Du weißt also, dass Land lebt richtig. Girl! Du lebst auf dem Land! Also noch ländlicher als das hier wird das nicht. Das ist nicht mal ein Dorf. Also Pelican Town, das Ding hat 30 Einwohner. Nicht mal. Das müssen unsere Gastredner sein. Ja, klar. Kinder nicht leiden. Ja. Friendzoned by Penny in 3, 2, 1. Vincent. Das ist... Jazz ist da mit dem Springseil und Vincent steht einfach nur daneben und schaut zu. Also manchmal habe ich das Gefühl, Concerned Ape will einfach, dass Vincent total langweilig ist. Was? Was? Was ist Jazz für eine Streberin? What the fuck? Vincent guckt auch so, Girl, das ist mit dir nicht in Ordnung. Am Land geben geht es um das Arbeiten auf dem Hof oder es geht um das Sammeln in der freien Natur. Arbeiten auf dem Hof. Hier gibt es ja eigentlich kein richtig und kein falsch. Warum kann ich nicht beides sagen? Oh, das ist jetzt. Vincent, man tratsch dich über andere Leute und warum tratsch man nicht über seine eigene Lehrerin? Oh, das ist jetzt. Das ist ja auch so ein Ding. Diese Stadt hat einfach keine Schule und dann überlassen sie einfach die Bildung ihrer zwei Kids einfach einer jungen Frau, die sich einfach die Zeit nimmt. Ich meine, was ehrenwert ist, dass sie das macht. Aber ja, da verlassen sich die Leute ein bisschen sehr drauf. Ja, auf jeden Fall. Penny, du hast keine Chance bei mir. Tut mir leid. Ich bin halt immer noch hin und her gerissen, ob ich mir doch noch einen der jungen Gesellen schnappe oder ob ich einfach Best Boy Grobos einziehen lasse. Ich würde selbst Minus gerade bei Calvin aushalten. Ja, mhm. Du musst weggespart werden. FTP hat erst entered the chat. FTP hat erst entered the chat. So, von sieben ab acht. Ich warte immer noch auf seine Quest, aber ich glaube, es kann sein, dass die erst kommt, wenn man das Community Center halt aufgebaut hat. Ich weiß gerade nicht, ob das heute schon passiert oder erst morgen. Imagine, jemand fragt sich wirklich, warum das nicht gehen soll. Ich weiß das Gegenteil, ich höre den Rauf, Minus 100 Kelvin und ich gehe rein. Ach, das zählt sogar schon, dass ich hier hingehe. Na, really, ist das Aquarium, wo keine Fische drin sind, schön interessant. Sternsau-Helden-Pokal, ähm, ja. Hier, scheiß auf Harz. Sternsau-Helden-Pokal, ähm, ja. Sternsau-Helden-Pokal. 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 Leute, seid vernünftig. Oh, jetzt kommt Pierre und packt seine eigenen Geschichten aus, als wäre er nicht in gewisser Weise genauso schlimm wie Morris. Ist ja mit einer Fahne gewoben. Ja, und dann habt ihr alle angefangen, dass ihr nichts mehr bedeutet, Leute, also... Hat ja keiner mal irgendwie hier geholfen. Ja, sorry, aber ich glaube nicht für eine Sekunde, dass Joja alleine daran schuld war. Jetzt kommt er auf den Klubben und schuld zu sein. Ja, ich bin zum Vouchen. Alles klar, wie ich den Klubben sehe, wenn ich denn was? Ich bin der Klubben und schuldig, die Brüben müssen. Also kommen die Frätein und schuldig und schuldig. Schön, los! Wenn du, dann geht es auch schon mal. Wenn du, dann auf die Frätein die Frätein drin hast. Also ich habe das tatsächlich immer nur mit der Prügelei gesehen, also so habe ich es alles in meinem Playflow ursprünglich gemacht, aber so ein bisschen ist es halt auch, also wir haben jetzt Pierres einzige Konkurrenz ausgeschaltet und wir wissen halt, dass er leider auch nicht wirklich besser als Morris, also ja, so ich glaube jetzt ist mein Pferd irgendwie da unten hängen geblieben, weil ich dahin teleportiert wurde, Bastian braucht einen Karpfen, interessiert mich aber nicht, Abigail habe ich irgendwas, was sie mag, Hasenpfote, würziger Aal, magischer Baumung, aber er töst, den würzigen Aal habe ich, oh ich habe hier Holz gegeben, hä, aber ich habe doch, ich habe, es war noch in der falschen Dings, jetzt zählt das als Geschenk, ne, ja, ich hasse das, was habe ich ihr denn noch gegeben, so pass auf, wehe, das funktioniert jetzt nicht, ja, ich bin so verwirrt von dieser Quest, sie übersetzen ist halt nicht einheitlich, so, ich gucke jetzt nochmal nach, aber Mr. Kree, die Quest, ich habe eigentlich nachgeguckt und das waren eigentlich hier die Radieschen, also hieß es zumindest, dass sie das sein sollen, wo ist die Quest, 10 Beats, 10 Beats, 10 Beats, von der Oase, habe ich es in der Oase gekauft, also ist es nicht die Richt-, hä, ich bin so verwirrt, so, Skelette, pass auf, wir gehen mal kurz in die Oase, wir müssen ehmals das Handy wieder besuchen. Wahrscheinlich haben genug Leute den Monitor angeschrien, als sie gesehen haben, was ich hier mit dem, äh, alles falsch mache mit der, äh, Quest hier. Pass auf, wir gehen mal kurz in die Oase. So, wir stellen mal kurz die Trophäe irgendwo auf, wir brauchen Platz in den Winter. So, Wildpflaume, gewöhnlicher Pilz, Hasenuss, Brombeere. Den gewöhnlichen Pilz brauchen wir noch. Stefan perfect real. Ok. Ja, wir kommen unten ab und drange auf. Und dann bitten wir den Changst einfach auf, was ich kein Problem? Das weiß ich. Es geht es richtig. Tak, ab und kan. So, irgendwas Interessantes. Sehr teuren Kaffee. Also, wo wir schon hier sind, zerstören wir auch die ansässigen Spezies. So, die hier suchen wir. Radieschen, rote Beete, kann man ja mal verwechseln. Oh, das ist Rhabarber. Nee, Beat. Aber Rhabarber müssen wir auch mal hier... Wächst im Frühling, können wir aber ins Dings packen. So, noch irgendwas Interessantes hier. Der Zucker, der sollte mit deutschen Zucker überheißen. Ja, sie haben es nämlich einfach mit Rübe übersetzt. Beziehungsweise jetzt hier in dem Fall von der Quest, die ich meine hier... So, dann sammeln wir mal den Rest des Tages noch Holz. Wir brauchen eh noch von dem Zeug. Pass auf, die rote Beete-Saat, die packen wir jetzt... Die können wir jetzt schon verteilen. Die können wir jetzt nicht mehr, die packen 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 wir jetzt nicht Oh, no, no, no. So, huch, achso, die Sternfrucht war für, ähm, genau, die ist für Kent und die, eine Beere da wollte ich verticken, weil die noch für das Achievement nötig ist. Oh, no, 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 no. So, dann ist das nämlich auch erledigt. Habe ich den Zauberer... Ja, den Zauberer habe ich heute beschenkt. Mani! Moment. Du willst doch bestimmt wieder einen Diamanten haben. Warte, gewöhnlicher Pilz. So, wilde Saat gecraftet. Warte, die Morche, gab es die nicht im geheimen Wald? Jetzt um die Jahreszeit. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto eher glaube ich auch, dass ich bei Stardew Valley Expanded, wenn wir es irgendwann spielen, nicht auf Perfektion gehen werde. Zumindest nicht da, wo es nicht irgendwie dabei hilft, den Content der Erweiterung zu erleben. Und wir werden da wahrscheinlich auch eh die Joja-Rote spielen. Und dann wird es hoffentlich ein bisschen einfacher, nicht von allem abgelenkt zu werden. Und dann weiter... Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Mahagonisamen So, Mahagonisamen Zeig mir das Spielnehmen, was im Inventar nicht voll ist Ja, Inventarmanagement ist eh immer so eine Sache So, Mahagonisamen So, Mahagonisamen So, pass auf Hier So, Mahagonisamen Oh, ne Kuh Creative, du wolltest doch letztens was benennen War es eine Kuh? So, ich hoffe, Creative hat jetzt nicht genau diesen Zeitpunkt ausgesucht Um seine zwei Outer Wild Speedruns zu machen Doch, hat er, na super Weiß noch jemand, wie er die Kuh nennen wollte? War es eine Kuh? Irgendwas hat er im letzten Stream gesagt Boah, die Namen sind doch alle für die Tonne Bestimmt irgendwas mit pink Nein, tatsächlich nicht Es war irgendwie irgendwas anderes Okay, schade Das geht nicht Okay, es gibt So, wir haben wieder ein bisschen Geld Ja, super Das ist dann jetzt, wo das Spiel fast vorbei ist, kriegen wir diese Info. So, Post von Willi? Ja. Ich habe das Hintzlerzimmer vom Laden aufgeschlossen. So, pass auf. Es gibt jetzt keinen Ruhetag mehr bei Pierre. Das ist schon mal ganz sinnvoll. So, pass auf. Wir haben Iridium. Haben wir dabei, oder? Nee. Wie viel waren das? Zehn. Zehn. Und wir nehmen einfach mal... So. So, Lea liebt das. Ist Lea vielleicht mal langsam auf zehn. Nicht auf zehn, auf acht. Nein, aber auf sieben. Harvey ist auch so ein Ding, weil Harvey ist ja meistens in seiner Praxis. Da läuft er uns nicht über den Weg. Also, wir müssen uns eigentlich dran gewöhnen, dass wir immer bei, äh, dann, äh, bei Harvey einen Abstecher machen. So, wie lange brauchen wir noch für den Wein? Einen Tag, 14 Stunden. So, 20 Meeresfische können wir eigentlich machen. Und Elliot hat morgen Geburtstag. So, die ist für Elliot. Genau, der Granatapfel. Ist Lea daheim. Es ist verschlossen. Immer diese Menschen mit ihrem Bedürfnis nach Privatsphäre. Somit Kent nochmal. Ganz ehrlich, komm, wir haben eh so viele Diamanten. So, Willi. So, Willi. So, Willi. So, geh mal rein. Pass auf. Jetzt müsste er sich teleportieren. 200 Hartholz. Und der Anker ist natürlich aus Iridium. Vor allem, er siezt mich einfach noch. Das ist halt auch so, so ein Ding. Nein, ich verzichte. Also, ich gebe Zweifel, dass man die, dass man die Questline damit direkt killen kann. Okay, wir brauchen also noch mehr Hartholz. So, 20 Fische. Das sollte ja kein Thema sein. Wobei, warte, wir gehen trotzdem erst noch zu Harvey und zu Lea. Wir haben einmal Trüffelöl und einmal einfach nur Trüffel mit dem Namen drauf. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald und holen nochmal 12 Hartholz. So, sie ist auf 8 von 8. Das heißt, wir brauchen auch keine Trüffel mehr außerhalb fürs Öl. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen Wald. Und dann gehen wir bei der Gelegenheit in den geheimen. Stimmt, und zum Zauberer müssen wir auch noch für ein Geschenk. So, wir haben 166. Das heißt, wir könnten das in ein paar Tagen repariert haben. Ich glaube, es wird jetzt keiner von meinen Bäumen mehr rechtzeitig fertig. Was? Ich habe ihn schon zusammen mal beschenkt? Das muss dann noch im letzten Stream, glaube ich, gewesen sein. So, Jazz. So, ich habe ihn schon mal beschenkt. So, ich habe ihn schon mal beschenkt. So, ich finde es toll, wie Jodie einfach die ganze Zeit vor dieser verschlossenen Tür statt und sie angestarrt hat. Girl, es ist nur ein Ei. Hier sind drei Optionen und die sind zwei dafür und sind halt einfach komplett dumm. Aber bei der Familie kann man, to be honest, auch genug reininterpretieren. So, Weintrauben haben wir doch noch. Hallo. So, Jodie. So, sie mag Diamanten. Irgendwie mögen alle Frauen hier Diamanten. Er hat einfach das Gespräch von fünf Stunden fortgesetzt. Ihn habe ich auch heute schon beschenkt. So, Sam. Er braucht jetzt nur noch eine Kaktusfrucht. Und dann ist er auf acht. Und dann könnte man sich überlegen, ob man ihm einen Blumenstrauß schenkt. Vielleicht kaufe ich einfach schon mal einen bei Pierre. Was war damit? Abigail. So, diesmal schenke ich dir aber das Richtige. Was? Ich habe sie schon zweimal beschenkt. Was soll das? So, Maru ist auf acht. Gas ist auf acht, aber er kann noch bis zehn. Ja. So. Wir behalten das Kartholz mal im Inventar. Ich will sie auch nicht beschenken. Ich will das Zeug trinken. Gott verdammt. So, dann fangen wir den Rest des Tages Fische, damit wir unsere Kaffeesucht wieder finanzieren können. So, Jade. Ja, den Zwerg müssen wir eigentlich noch... Vincent, Hayley und Linus. So, warte, Lea ist bei acht jetzt, oder? Nee, war sie doch nicht. Doch, Lea ist bei acht. Und Robin ist bei neun. Das heißt, sie müssen wir noch beschenken. Wir haben den Senf... Wir sollten vielleicht auch mal alle Samenpflanzen, die wir im Inventar noch haben. Kein Wunder, dass das Inventar voll ist. Mensch, Creative, du hast was verpasst. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt für deine zwei Outer Wild Speed Runs ausgesucht. Ich stelle auch gerade fest, wir brauchen unbedingt hier noch ne... ...noch ne... ...Schurgescheu... Ich hab... 50 Holz und 20 Fasern. Ich hab... ...Schurgescheu... 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 Moment, was machst du? Ja, Caroline hat immer nur die extrem ausgefallenen Sachen als Vorlieben. Emily? Was ist mit Hayley? Hayley habe ich auch ziemlich ignoriert. Habe ich hier mal wieder für Voideier gesorgt? Ja. So, Best Boy Grobus könnte auch jederzeit nun einziehen. Oder was ist das, wenn wir dieses eine Gegenstand haben, den wir dafür benötigen würden? Okay. Ähm, alles klar, er hält mir einfach seine, ja, er hält mir einfach seine angenehnen Arsch. Sehr freundlich. Sehr freundlich. So macht man das doch unter Nachbarn. Ja, genau. Oder guten Freunden. Ja, guten Freunden gibt man doch ein Küsschen. Ja, das ist ein Küsschen. Ja. 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 Das war's für heute. Was ist das hier für eine niedrige Chance Fische zu fangen? Was ist das hier für eine niedrige Chance? Was ist das hier für eine niedrige Chance? Was ist das hier für eine niedrige Chance? Was ist das hier für eine niedrige Chance Fische? Was ist das hier für eine niedrige Chance Fische? Was ist das hier für eine niedrige Chance Fische? Was ist das für eine niedrige Chance Fische? Na? So, hat das jetzt als zwei gezählt? Ja. Okay, also hier bei der Quest zählt das sogar, wenn man den doppelten Fang kriegt von dem Köder. Aber bei den anderen hat das irgendwie nicht gezählt. Ähm. What? What? Achso, hier sind die. Warum sind die hier unten in dem Slot? So, jetzt müssen wir die Koffeinsucht auf jeden Fall noch... Ähm. Wir müssen das noch regeln. Okay. 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 Well. Gut. Okay. Wir sind die dritte. Oh! Okay. Hallo! So, das kommt hier rein. Hast du keine 9... Nein, ich hab nur 90 Tassen Kaffee gekauft. Keine 99. Aber es... Die werden ja immer zu dritt zusammengecraftet, deswegen ist es nicht so viel. Es sind nur 30 dreifache Espressos. So, dann ist noch alles gut. Genau. Also das ist kein Grund zur Sorge. Okay, das brauchen wir wirklich nicht. Okay, wow, Leute. Nicht alle auf einmal. Alter, das ist einfach... Das wird ein bisschen eng zeitlich. Oh, ein Fischtaco. Karenin liebt das. Das können wir direkt mal weitergeben. So, 185. Okay, wenn wir noch einmal in den geheimen Wald gehen. Beziehungsweise zweimal. Dann haben wir auf jeden Fall alles, was wir brauchen. Dann können wir die zweite... Dann können wir die zweite Woche auf Jinta Island verbringen, größtenteils. Oh, was ist denn das? Warte, das ist mal... Das ist mal ein Argoni-Baum. Wir können das heute noch vollenden. Sehr schön. So, pass auf. Was benötigen wir noch? Das heißt, wir müssen ja nicht mehr in den, äh, in den, äh, in den Wald. Zehn Stunden. Das können wir heute Abend vielleicht noch verticken, das Zeug. Okay, das heißt... Einmal zu Willy. Und dann, äh, in den Wald. Das ist verschlossen. Willy, mach mal auf. Ich hab deine Lieferung. Stimmt, Elliot hat heute Geburtstag. Oh, das müssen wir ausnutzen. Hier, Granatapfel. Mach auf. Ja, es ist ein Geburtstag. Es wäre uncool, wenn er jetzt seinen Zeitplan vorsieht, dass er nicht aus seinem Haus kommt und dass er die ganze Zeit verschlossen bleibt. Okay, was hat er jetzt für ein Problem? Was hat er vorhin nochmal bei der Cutscene erzählt, oben im Gemeinschaftszentrum mit den Krabben, was da schiefgelaufen ist? Ja, das war so. So, für die Krabben hat das leider kein Happy End. So, Carol, nun bringen wir den Fisch Taco, einfach mal so. Nein, ich will den Fisch Taco nicht essen. So, ich will den Fisch Taco nicht essen. So, ich will den Fisch Taco nicht essen. Wow, kann der, einen entspannenden Tee, kann der Text noch ein bisschen langsamer reinfaden? So, was ist in dem Tee? So, ich will aber eigentlich da rein und ihr den Fisch Taco geben. So, Pierre, was, also dass er nicht schon nicht von zehn Herzen hat, ist eigentlich ein Verbrechen. Gebratener Tintenfisch. Hasenpfoten sind mir eigentlich noch immer zu, äh, zu wertvoll. Elliot ist immer noch zu Hause. Ähm, aber wir reden zumindest mal normal mit ihm, dass, dass es nicht, äh, dass es nicht runter geht. So, danke schön. So, du hast jetzt fünf und so bist du bei acht. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was haben wir hier an, noch ein Geschenken. Hayley und Linus, der Zwerg, Vincent, wie oft haben wir Vincent schon beschenkt diese Woche? Vincent einmal, das heißt, er kriegt noch eine Weintraube. Warte, Hayley, 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 du magst die Kokosnuss. Na. So. Da ist Jodie. So, du magst die Diamanten. Wo ist Vincent? Vincent ist in der Schule. Wie gesagt, Louis hatte irgendwie, glaube ich, auch ziemlich Ur-Zufriedenheit schon mit mir, ne? Und Linus muss ich auch nur noch einmal beschenken, dann ist er auf zehn. Louis ist aus irgendeinem Grund auf acht. Obwohl er eigentlich nur die krassen Sachen haben will. Warte, nein. Nicht so Clint, hier. So, Penny, ich muss mal kurz den Unterricht stören, aber ich muss einmal Snacks verteilen. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich einfach Jess eine komplette Torte schenke. Und Vincent einfach nur irgendwie ein Büschel Weintrauben. So, das hieß auf dem Stadtplatz um 15 Uhr für, ähm, für Lea und für Sam müssen wir um 17 Uhr zur Bushaltestelle. Zu Harvey sollten wir vielleicht auch nochmal gehen. Abbie, wo bist du? Ähm Jodie, Pierre, Abigail, Harvey Harvey ist bei Pierre Jodie, Geburtstag Ja, das sollten wir auf jeden Fall nicht vergessen Aldous Wann hat er das nächste Mal Geburtstag? Das können wir doch bestimmt nutzen George Marnie Robin Sandy Was ist damit? Harvey, Lea, Linus Linus Ihn beschenken wir bei der Gelegenheit auch gerade nochmal Ich frage mich, wie ich es schaffe, beim Zwerg acht Herzen zu haben Ich habe gefühlt kaum mit dem interagiert Ich frage mich Ich frage mich Mein Das Ding ist so nutzlos. So, Linus. So, Robin. Hast du einen Film lang getroffen? Girl, du kennst seinen Namen. Das Ding ist so nutzlos. 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 Postdimensionaler Nullraum. Alles klar. Warte, das ist das Ding. Warte, die ganze Stadt ist einfach hier. Musik Musik Okay, ich weiß. Ich weiß nicht, wer der Typ, gerade da, der da bei, bei, äh, bei Dings stand. Bei Pierre an der Tür. Das war aber nicht, das war aber nicht der, der Ex, oder? So, wir warten kurz auf 16 Uhr. So, wir warten kurz auf 16 Uhr. So, wir warten kurz auf 16 Uhr. Und hat nicht den Respekt vor der Band, zumindest Alibi-mäßig zuzuhören. So, wir warten kurz auf 16 Uhr. So, wir warten kurz auf 16 Uhr. So, wir warten kurz auf konzern. Ja, boah, also so ein bisschen wird der Protagonist ja aber zu einer Mary Sue, ne? Wie einfach niemand ohne ihn was auf die Reihe kriegt und alle sind immer mega dankbar auf ihn Das hat einfach keine Zeit gekostet Gibt es noch etwas, was wir tun können? Ja, ansonsten können wir ab morgen zur Ingwerinsel Dann kommt jetzt eigentlich Facecam Was willst du mit Facecam? Dann seht ihr ja alle meine meine Gesichtsentgleisungen Mehr Daten für die Deepfake-KI mit mehr Meme-Gesichter Will ich das? Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Elliot will eine Lesung abhalten. So, jeden Morgen um 8. So, dann haben wir aber auch schon mal gut Startkapital für Sternfrüchte. Da es mit den Ancient Fruits hier noch ein bisschen dauern wird. So, pass auf. Wir brauchen ein paar Sprinkler. Machen wir erstmal so 10. Moment. So, dann machen wir nochmal 5 Vogelscheuchen. Ich habe den Mais nicht angebaut. Warum sagt das denn niemand? Und... So, ich glaube, ich habe sogar Auberginen schon hier drin. So, was heißt heute Nachmittag, wenn es um Elliot geht? So, dann machen wir weiter. Ja, super. Nichts Interessantes. So, dann fahren wir einmal kurz in die Wüste. Ich habe sie bereits selber beschenkt. Ernsthaft? So, 200 müssen erstmal reichen. So, mir fällt auf, die Kiste bei Krobus brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Und die Voideier, das heißt, die können wir auch verkaufen. Und die Kiste können wir irgendwo aufstellen, wo wir noch Sachen einlagern müssen. Hmm? So, pass auf, was können wir denn noch, äh, ich glaube, wir könnten vielleicht nochmal eine Kiste so brauchen. So, das heißt, da kann man nochmal irgendwas reinlegen, was man zum Craften haben will. So, das heißt, da kann man, was man, was man, was man, was man, was man. So, was kostet uns eine zweite, ähm, eine zweite Saftpresse oder Ölpresse? So, 20 Hartholz. Warum hast du jetzt nämlich Schleim? Hm. Ja. 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 Caute. Achille. Da ist das ZD- Virtual Ist kein passiert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wenn die Chat-Aufnahme denkt sich einfach von Helter-Scheiß, ich kann endlich die vergessen. Ich hab nicht generell wieder watcht, also wie sowieso, wie dieser Chat teilweise ohne Kontext wirken muss. Natürlich ist der Chatteil da und da, sonst würde ich ihn nicht einwenden. So, wenn 5 Uhr jetzt aber kein Nachmittag ist, dann weiß ich auch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist schön zu hören, Buschi. Das ist schön zu hören. Das ist einfach doch ein Viertel der Leute da. So, ab auf die Ingwerinsel. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich war noch nie selber da. So, ab auf die Ingwerinsel. So, ab auf die Ingwerinsel. Oh, hi! So, hier ist noch ziemlich viel abgesperrt. Denn hier gibt es eigene Collectibles. Man muss relativ genau hinsehen. Also zumindest bei einigen der Verstecke. Taro-Knollen. Strauß fahren. Habe ich, glaube ich, sogar schon. Kann ich hier schon hin? Ah, hier ist das Rätsel. So, 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 ihn müssen wir noch in Ruhe lassen. So, jetzt können wir nach da oben. Aber hier zum Beispiel ist eine goldene Walnuss. Bin echt gespannt. Also, es gibt 130 anscheinend, aber die alle zu finden. Also, ich denke mir halt, selbst wenn man eine Liste hätte oder genau wüsste, wo alle sind, aber dann auch sich zu merken, welche man schon hat, das stelle ich mir halt nervig vor. So, da ist das wohl Kahn-Dungeon. Omnigiode und Artefaktfund. Wow. Wow. Komm ich hier schon hin? Das ist nicht cool. Ich kann es sehen, aber ich kann nicht hin. So, hier an der Seite ging es auf jeden Fall lang. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wohin es führt. Okay. Bis zum nächsten Mal. So, das schaffen wir heute auf jeden Fall hier nicht mehr. Ich denke, das kann unser Ziel für den nächsten Tag sein. Warum jetzt kriege ich hier auf einmal die Kohle nachgeschmissen, oder wie? Ananas-Samen. So, pass auf, Teleport-Totem, wir nutzen einfach mal das für den Strand. So, pass auf. Wow. Ein mumifizierter Frosch. Ich behalte den mal, auf die Gefahr, dass wir den für irgendwas brauchen. Auch wenn da jetzt nichts stand, aber nicht, dass den irgendwann einen Dorfbewohner anfordert. So, pass auf. Oh τ Silvonirrromatzer Frosch. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wenn wir jetzt in den Vulkan-Dungeon gehen, dann sollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir genug Käse haben. Wow, eine Kartoffel. Danke. 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 So, die sind erst morgen fertig. So, die sind erst morgen fertig. Ja, natürlich auch die Kiste mitnehmen können für auf die Insel. Ja, ich weiß nicht, was hinter der Schildkröte ist. Erstmal das Vulkan-Dungeon. So, wir nehmen hier den Krabbenkuchen. 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 So, wir nehmen hier den Kabelkuchen. Ingwer, 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 wir brauchen insgesamt fünf Stück. Das ist nur Schlacken-Scherbe. Davon brauchen wir einige. Hier geht's auch gut Stein. Das ist schon mal gut zu wissen. So warte, normale Kokosnüsse benötigere ich nicht, ich hab die Iridium-Dinger. Ja. Das war's. So, Bomben. Ganz ehrlich, wir haben so viel von dem... Von den Solaressenzen. So, Bomben. So, da ist ein Item. So, Bomben. Hab ich jetzt richtig gesehen, dass du mit einer Gießkanne Lava zu übergeben hast? Ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ähm. So, Eventar ist voll. Ja. Sollten wir vielleicht mal ändern bei Gelegenheit. Äh. So. 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 Müssen wir einmal liefern, das heißt, das nehmen wir auch mit. So, auf Bergarbeiter lecker, bisschen ganz ill. Können wir notfalls selber kochen, aber benötigen wir für nichts. Und das sieht auch noch hier total zuverlässig aus. Also darauf laufe ich gerne. Weißt du, so ein Wasser einmal in Minecraft ist ja wenigstens, der macht wenigstens das komplette Ding einfach zu Obsidian. Also den kompletten Kubikliter-Lava. Aber hier kann man auch viel besser Steine farmen. Drachenzahn, Hartholz und Ingwer. Ich will das Warp-Totem nicht, ich will den Warp-Dings, den, äh... Ich will hier den Obelisken. Den will ich, wenn, haben. Hast du da Kubikliter gesagt? Also ich würde mal... Ist das ein Kubikliter? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch gerade nicht, welche Dichte Lava hat. Wie viel Wasser passt in einen Meter mal einen Meter mal einen Meterwürfel? Der Kubikliter ist hier konzentriert in Osanet. Oh, the more you know. Okay. 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 Ich habe noch gar nicht die Walnüsse. Ich habe im Kopf gehabt, dass ich schon irgendwie 15 hatte. Aber ich habe ja jetzt erst 10. Okay. Okay. Okay, was ist das? Aber nachdem du Schaden erlitten hast, nochmal eine kurze Zeit unbesiegbar. Das wäre vielleicht ganz gut zu behalten. Okay, das Ding gibt ja richtig Energie und Gesundheit. Okay, das ist das Ding. Okay, keine Ahnung, was ich damit auslöse, aber okay, ich mache es einfach mal. Okay, was mache ich jetzt? Was ist hier falsch? Da ist noch ein Schalter. Okay, ich mache es einfach mal. Okay, ich mache es einfach mal. Okay, keine Ahnung, was da ist. Was glaubst du, ist ein Drittel mehr oder weniger als eine Hälfte? Das war die Frage. Weniger. Bismatische Scherbe. So, und hier können wir nämlich unser Stuff jetzt enchanten. So, wir können auch zwei Ringe kombinieren. Zum Beispiel theoretisch den Ring des Liebes und den Schutzring. Ich weiß aber noch nicht, welche Kombos da gut sind. Das heißt, wir machen erstmal den Shortcut auf. Bravo, was soll ich denn wissen, dass es Kubiklita nicht wirklich gibt? Sehr gut. Wieso kann ich hier nicht hin? Wie soll ich denn hier rüberkommen? Wie soll ich hier rüberkommen? Hä? Explain, America. Ach warte, ich bin ja auch blöd. Ich kann ja auch... ...dass ich das nicht direkt gesehen habe. So, noch mehr Ananas-Samen. Iss. Iss, bevor du stirbst. Das ist ein Mathe-Studium-Wissen bezeichnet. Ja gut, es gibt auch Menschen, du machst eine Excel-Tabelle, eine total simple und die Leute denken, du hast Informatik studiert. Das ist ein Mathe-Studium-Wissen. Ich bin ja auch ein Mathe-Studium-Wissen. Ich bin ja auch ein Mathe-Studium-Wissen. Äht? Wird das bitte tatsächlich brauchen. So, heute geht es wahrscheinlich eher nicht auf die Inga-Insel. Aber wir können mal gucken, was... Dass wir unser... zeug hier verstauen. So, einen müssen wir liefern. Einen müssen wir machen für Ginger Ale. Dafür brauchen wir Zooka und dreimal Ingwer. Okay. Dann, einen müssen wir liefern, einen müssen wir... Ja. Wir nehmen die Kiste nochmal mit. Wir nehmen die Kiste. So, den können wir auch verticken. So, dann machen wir die Kohle hier rein. So, du bist fertig. Wo brauchten wir dich nochmal? Zum Lied hören und... Genau, für die Lachs-Wahrzeit. Habe ich dafür nicht sogar schon was zur Seite gelegt? Nein, ich glaube nicht. So, die Artischocke, die ist nicht so wichtig. Wichtig ist vor allem, dass wir einfach hier das ganze Zeug hier... Häufiger Irrglaube ist, dass die Sonnenblume sich immer der Sonne zuwendet. Ich war aber auch geflasht, als ich erfahren habe, dass das gar nicht stimmt. Weil das so etwas ist, was man einfach beigebracht bekommt. Ich glaube, das kriegt man sogar in der... Ich glaube, das ist sogar hier Grundschule. Ich glaube, selbst da wird das einem erzählt. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Tage. Senfkohl, den braucht man doch noch zum Kochen, ne? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke wieder daran, dass ich eigentlich eine Mod finden wollte zum besseren Ernten, aber ich habe nichts gefunden, was meine Vorstellung entsprochen hat. Ich glaube, das Geste ist halt wirklich dieser Traktor-Mod. Okay, der Großteil der Cranberries ist einfach komplett minderwertig. 4 Tage, 30 Minuten, okay, pass auf. 4 Tage, 30 Minuten, okay, pass auf. 5 Tage, 30 Minuten, okay, pass auf. Dann kommst du hier rein. Warte, wir brauchen natürlich ein Geschenk für den Zauberer. 5 Tage, 30 Minuten, okay, pass auf. 5 Tage, 20 Minuten, okay, pass auf. So, hallo Jazz. So, das passt perfekt mit den Geschenken, die wir noch übrig haben. Momentan sind einer Tor voll, gut, ich habe auch das Zeug nicht weggepackt. So, ganz ehrlich, scheiß auf Iridium Erz, das Zeug kriege ich inzwischen auch mehr oder weniger nachgeschmissen. So, das ist ein Schuss. So, das ist ein Schuss. So, pass auf, du. So, wir müssen unser Eventarmanagement echt in den Griff kriegen. Wir haben immerhin ganze zwölf Reihen mehr, als wir eigentlich haben sollten und das ist trotzdem viel zu voll. Ich kann das gerne nochmal wiederholen, dass Creative Element der coolste Typ überhaupt ist. So, ich kann das. So, ich kann das. So, ich kann das. So, ich kann das. Schleim und Hartholz bauen. Ne, warte, Schleim und Goldbar und so rum, pass auf, hier und das rein, ebenso wie die Pfifferlinge. Da brauche ich 50 Schleim, warum auch immer das Schleim in der Ölpresse drin ist. Da brauche ich 50 Schleim. Da brauche ich 50 Schleim. Sehr gewöhnliche Pilz. So, die brauche ich doch überhaupt nicht. Was wir auch nicht mehr benötigen, ist das hier das Zeug, der Matrosenteller. So, den Köder benötigen wir nicht. So, Brombeerpastete. Pass auf, das heißt, wir benötigen hier. Hä, hat er jetzt den Goldbarren hier rausgezogen? Pass auf, einmal zum Zwerg. Nein, da wollen wir nicht hin. So, pass auf, wie viel brauchen wir noch? Ich glaube, 6 Jahre sollten genügen. Machen wir mal 7 draus, weil der Rest kann dann nämlich auch weg. Still, ob es jetzt über die Karte kreise wurde. So, dann patchen wir uns auf. Rosse Gäste. Dann kann es nicht mehr ein Ding. So, wir machen die Karte, was da? So, dann wird es nicht mehr gut und im Unterricht? Also, ich mache das die Karte an. Der Karte, das erste Karte an. So, ich denke, wir müssen die Karte an. Und dann habe ich mal geholfen. Ah, stimmt, apropos Louis, ich wollte geguckt haben, ob jetzt mal langsam die Sachen gewachsen sind. Und zu Hayley müssen wir noch. Zum Glück stehe ich schon bei ihr in der Küche, genau jetzt, wo sie Hilfe braucht. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Hayley mochte die Kokosnuss. Na, wie sah das eigentlich geburtstagstechnisch aus? Jody hat am 11., das müssen wir uns merken, und Abigail am 13. So, er ist auch fast soweit. Das eine Kristallarium bei Penny benötigen wir dann ja nicht mehr. Okay. So, antigen. So, ich bin jetzt hier. Evel, danke fürs Abo. Hast du die Mission bei Frostpunk geschafft? Ich hab Frostpunk nicht... Ich hab nur Endlos-Modus gespielt. Also im Stream. So, ich weiß echt nicht, was ich noch mit dem Crystallarium machen soll. So, ich weiß nicht, was ich noch mit demnächst. Ich stream gar nicht mehr. Ah, Mist. Das habe ich nicht mehr bestückt, das Ding. So, ich weiß nicht, was ich noch mit demnächst. Das ist doch mal was. Okay. Okay, es gibt einfach random irgendwie ein Seeigel. So, ich weiß nicht mehr. So, ich weiß nicht, was ich noch mit demnächst. Das klingt überhaupt nicht gut. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht, was ich. So, auf zu und Ingwerinsel. Ähm, wo sind Vincent und Jazz? Wenn sie nicht angeblich nicht hier sind und auch nicht in der Bibliothek. Penny ist noch hier. Boah, ich weiß auch nicht mehr, was mit dem Deal in dem einen Video war. 100 Ingwer. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Doch, ich bin in Jahr 2. Es ist halt nicht mein erster Run, sondern schon mein zweiter. So, aber steht das irgendwo? Nein, steht hier leider nirgendwo. Aber es macht halt schon einen riesen Unterschied. Ob du weißt, welche Pflanzen du am Anfang nehmen musst und so was und worauf du achten musst. Nein. Omnigioden spülen. Okay, die braucht 10. Die arme Schildkröte. So, wie viel wollt ihr hier so haben? 20. Jetzt kriegt man hier Omnigioden hinterher geschmissen. Okay, ich will das mal. Okay, ich will das mal. So, pass auf. Davon weiß ich aber noch nichts, Creative. So, pass auf. So, hier ein bisschen aufräumen. So, auf den lassen wir hier. So, hier ein bisschen aufräumen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Moment, das müssen wir mal gerade, oh wir haben es erkackt, ne? Doch, ist richtig. Oh, das ist richtig. So, pass auf, dann machen wir nochmal hier. So, wir übertreiben einfach mal ein bisschen. Hey, die Tagebuchausschüsse sind immerhin von einem Toten und anscheinend auch so geschrieben, dass sie von uns gelesen werden sollen. Ich führe kein Tagebuch. Hier musste man gleich was mit einer Bombe machen. So, hallo? So, hallo? So, hallo? So, hallo? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ein altes Foto So, Kriegsdenkmal Das ist 100 Pro für Kent So, da oben dürfen wir erst rein, wenn wir 100 von den Nüssen haben Das Gebiet ist aber auch Endgame Und auch, das kam erst mit 1.5 Also ich habe das selber auch noch nicht gesehen Weil das, als ich meinen ersten Run gemacht habe, noch gar nicht gab So, hier sind wir dann stattdessen So, wir sind an Oh, das ist hier die Geschichte. Oh, wow, jetzt wird es langsam schwierig. Okay, ja. Creative, jetzt bist du aber derjenige, der die Mathe-Skills raushängen lässt, die er nicht hat. So, ich weiß, dass das hier langsamer wird, wenn man zu oft verkackt. Ah, shit. So, ich weiß, dass das hier langsamer ist. So, ich weiß, dass das hier langsamer ist. Ja, jetzt wird das auch nichts mehr. Das muss ich morgen machen. So, ich weiß, dass das hier langsamer ist. Ja, tu das mal. So, ich weiß, nicht mehr. So, morgen hat Joe die Geburtstag. Nee, nix audiografisches Gedächtnis, aber ich habe nicht behauptet, dass ich perfekt Sequenzen in sehr schneller Reihenfolge mir einprägen kann. Habe ich eine Pastinake hier? Ja, genau eine. Wow, so gar nicht schiefen, was ich noch nicht hatte. Brauche ich denn den für irgendwas? Ja. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, anscheinend nicht. Okay, das Wasser hier ist einfach komplett unpassierbar. So, der erste Fang ist immer eine goldene Walnuss hier anscheinend. Okay, das ist ein bisschen zu strippen. Weht aber nichts. Ach, hier geht's auch lang. Warte, dann kann ich ja auch, dann komme ich ja doch an die Wand aus schon ran. Da ist auch noch eine, aber ich sehe gerade nicht, wie ich da hinkomme. Okay. 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 So, irgendwo muss man hier mit der Schleuder gegenschießen, aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Ja, wo konnte man denn was hier? Nein. Ich verstehe es nicht. Irgendwo hier musste man mit der Schleuder drauf schießen, dann kam da eine Walnuss runter. So. 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 So kann ich schon mit Leo reden. So. 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 kann man jetzt das Alter ausrechnen. so. 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 Wo kann ich denn noch hin? Wo ich noch welche von den goldenen Walnüssen schriege? Na wir können noch ein bisschen angeln. Ein Rotfeuerfisch. Mit dem kann ich aber nichts machen. Das ist auch so ein Ding, also manche von den Rezepten sind irgendwie mega kompliziert und manche sagen so, ja nimm einfach irgendeinen Fisch und irgendein Tierprodukt und irgendein Gemüse. Vergeht die Zeit dort langsamer? Ähm nee, aber in der Schädelhöhle vergeht sie langsamer. Okay, ich glaube es gibt einen Tagebucheintrag, der 1% Wahrscheinlichkeit hat. Spinny's beamt übrigens zunächst Outer Wilds. Nein, davon weiß ich nichts. Dafür müsste ich das Spiel erstmal besitzen. Lass dich schnell einrichten. Nein, das lässt du bleiben. Okay, diese Prozentzahlen ähm wohl doch. Okay, passt. Ja, ich habe irgendwie die zwei Werte noch mitgezählt, aber es sind ja keine Prozentwerte. Warum? Warum? Du weißt warum. Das will mich nicht jetzt groß auszupacken. Diskusbuntbarsch. The fuck? Ist das überhaupt ein echter Fisch? Achja, ich wollte ja nochmal zu dem, äh, Simon Says hingehen. Das so zum Spiel gerade 40% im Angebot ist. Wahrscheinlich ist es trotzdem zu teuer. Wo war denn jetzt vorhin die Höhle mit dem, hä? Hä? Ich finde mich hier noch nicht zurecht, to be honest. Was da ist bei mir Wo war denn wohl in dieser Höhle? So, pass auf. Teleport-Sotum. So, Willy wartet natürlich jetzt auf der Insel noch auf uns, aber das ist uns jetzt mal egal. So, wir müssen nochmal die Kaffeesucht finanzieren. So, wir müssen nochmal die Kaffeesucht finanzieren. So. 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 das lässt du sein. Sei dir darüber bewusst, dass man Geschenke auf Steam auch ablehnen kann. Das lässt du sein. Ja, natürlich habe ich mich über die Grafikkarte gefreut, aber ich hätte mich trotzdem schuldig gefühlt, wenn du sie bezahlt hättest. Ja, wobei, das bringt nichts, das Teleport-Totem zu benutzen. So, wir müssen mal kurz schauen. Gibt es irgendwas, was wir heute anfischen oder sowas? Pass auf. Mine, Mine, Wüste. Können wir eigentlich, können wir da regeln? Will die Uhrzeit an eine Rolle? Nein. Oder haben wir, ähm, wo sollen wir denn? Lebt im Ozean, aber wo sollen wir den denn fangen? Hä? Hier steht nicht, wo man den fangen soll. Also, ich glaube, der soll mal mit den Crabpots fangen, ne? Warte. Wir haben doch noch, sogar noch zwei Teleport-Totems da rumlaufen, rumstehen, whatever. Krabpotschafer. Das war's. Das war's. Willi, komm mal bitte ran. Ich brauche unbedingt Köder. Willi, komm mal bitte ran. 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 Willi. Willi, komm mal bitte ran. Willi, komm mal bitte ran. Willi, komm mal bitte ran. Willi, komm mal. Willi, komm mal. Willi, komm mal. Willi, komm mal bitte ran. Willi, komm mal. 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 Willi. Hi. Willi, komm mal. Willi, komm mal. Ja, das ist gut. Was ist hier los, dass die Fische alle so ein krasse Muster hier im Moment haben? Also die, die noch fehlen. Also ohne den verbesserten Dings, äh, würde ich das gar nicht bekriegen. Hör doch auf dich zu wehren, verdammt! So, Skorpionkarpfen, brauchen wir dich für irgendwas? Nein! Du bist einfach nur dazu da, dass wir dich angeln. So, Skorpionkarpfen, kann man auch nur dazu da bleiben. Das war heute Abend, Clint. Ja, nein. Arktische Scherbe mit einem jenseitigen Licht. Krobus, Zwerg, einer der beiden? Wo ist Evelyn? Ja, wir sollten vielleicht gucken, dass wir mal ein paar Federn für Leo da haben. Aber die arktische Scherbe könnte auch für den Zauberer sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, pass auf, einmal aufs Herd. Warte, Jess. Warte, Jess. So, der Wurm, den will bestimmt Willy haben. So, der Wurm. So, der Wurm. So, pass auf. Hier einmal rum. Wie hatten wir ja dann? So, dann können wir die Quest beenden. Wenn wir das nächste Mal auf der Ingwerinsel sind. Oh, hey Schnecki. So, dann können wir das nächste Mal auf der Ingwerinsel. So, es hieß Level 60, Level 80 und Level 100, richtig? Level 60 und 100. 7 Prozent, dein Ernst? So, dann können wir das nächste Mal auf der Ingwerinsel machen. Naah. Das war's für heute. Ich bin so konzentriert, um deinen Text auf Fehler zu überprüfen. Zumindest einen habe ich gesehen, aber falls es noch mehr sind. W compartilieren, oder sollte das zu euch reden? Кстати, hier counters die Veter denken, in ein paarüstungen Orden lernen. Also machen es verschiedene Programmen Sieмер habe mit meinem Hipligkeiten überprüfen. In einemantwort ist der criebe der E-Klage eines Skies beteiligt vor. Keine Problem am Macher pompiert das Emmett Malzus. Ich meine, wir müssen mal kurz Platz schaffen. Skorpionkarten. Interessiert uns nicht. Der Sandfisch interessiert uns nicht. Ich habe keinen Fehler im Wortschrittschilder gefunden. Ich habe den Fehler im Rest deines Satzes gefunden. Darum ging es aber nicht. Dann hast du wohl unbeabsichtigt einen Fehler gemacht. Ich finde es übrigens toll, wenn dieser eine Fisch jetzt endlich mal kommen würde. Vorzugsweise so lange unser Angel-Upgrade noch hält. Du hast aber Chinchilla richtig geschrieben. Hallo? Boah, jetzt bitte nicht abhauen. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's noch weiter. Oh, hier geht's noch Helle. Aber dann muss ich auch nicht abhauen. Oh, das ist doch immer zu leichter. Und ich habe einen Spann und du hast dich einfach mal eine Ajax. Boah, was für ein Krampf. Ich bin mal behaupten, dann hast du einen schlechten Job damit gemacht, das falsch zu schreiben. Wieso ist jetzt der Osmarag nicht drin? Ach so, weil da nicht genug Platz ist. Okay. 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 Klocke Köln Umbéren Körs Köln 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 Wo sollen denn da zwei Fehler im Wort sein? Jetzt mache ich aber bitte keins, von wegen, ja, das griechische Fragezeichen sieht aus wie ein Semikolon. Das ist ein Semikolon. Anhand des sichtbaren Texts sind da keine Fehler drin, Creator. So, ich muss aber noch ein bisschen Obst aus dem Gewächshaus holen. So, ich muss noch ein bisschen Obst du oder ein bisschen Obst du. Warte, sind die? Nein, keine Ancient Fruit Samen. Warte, 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 warte. In so einem kirillischen Alphabet, das sieht man aber leider nicht. Oh, warte, Jazz. Dann kriegen wir nicht den Inventar-Slot auch noch frei. Ach, ich kann sie diese Woche nicht mehr beschenken, wie schade. Okay, aber eigentlich muss ich nur noch einmal mit ihr sprechen. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mensch, girl Was haben wir hier? Braucht man für nichts Was ist hier? Hier war von Leo Wir wollten uns eigentlich mal um Entenfedern gekümmert haben für Leo Haben wir zwar noch nicht gemacht Was ist hier? 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 Feenstaub Feenstaub Okay Was kann ich damit machen? Und fünf von den Walnüssen Was macht jetzt Feenstaub? Jetzt ernsthaft Was macht Feenstaub? Wir sollten vielleicht auch noch einen Kürbis anpflanzen Fällt mir auf Wobei hatte ich nicht Kürbisse? Habe ich Kürbisse angepflanzt? Ich weiß es nicht mehr So Wir können Das Haus wieder aufbauen lassen Fragis ist es das was wir wollen Fragis ist es das was wir wollen Na 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 Hat doch gerade was gefunkelt. Ne, okay, es ist nur Rauch. Hä, wo war der jetzt vohin? Hallo? Wo war denn jetzt vohin der Simon Says Raum? Moment. Also da, wo die ganzen Tiger-Schleime sind. Ja, da, wo die ganzen Tiger-Schleime sind. Was sagt Google Bilder? Die zeigen alle nur das Innere von dem Raum, aber nicht, wie man da hinkommt. Ich war ja vorhin schon da, aber ich find's nicht mehr. Ach hier, ja, ich dachte die ganze Zeit, ich käme ja nicht durch. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Wird doch wohl machbar sein. Wird doch wohl machbar sein. Wird doch wohl machbar sein. Ist doch ganz einfach. Ja, sieht einfacher aus. Ich meine, ich musste sowas auch schon mit Zahlen machen. Ich meine, ich möchte sowas auch schon. Wow, das war jetzt schon random. Ich meine, ich möchte sowas auch schon. Okay, jetzt hat er die letzte Stufe komplett übersprungen. Komm her! Hm. 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 Wir müssen jetzt ein paar Noten von Megalovania drauf spielen zu können. So, bringt es jetzt was, nach Hause zu teleportieren? Was sind denn die ersten 3 Noten? Keine Ahnung, ich hab versucht, äh... Es wurde doch festgestellt, dass die Amethysten in Minecraft auch Megalovania nachspielen können und ich hab versucht diese 3 Noten zu treffen. Oder 4 oder was das sind. Straußfahnenrisotto und gerostete Haselnüsse. So, morgen hat Abigail Geburtstag. Das heißt, wir brauchen einen Amethyst. Okay, warum haben wir aber nur 3 Haselnüsse? So. So. Aber ich glaube, das mit dem Ingwer schaffen wir nicht. So. 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 Die müssen wir einmal liefern. So. 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 zu gehen und dort noch Steine zu farmen. Vielleicht kriegen wir dabei noch ein paar Walnüsse. Wir brauchen noch mehr von den, äh, hier, von den Dingern. Ich hab das Gefühl, im Moment sind die Steine einfach ihr Gewicht in Gold wert. So etwas, was das ? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist denn in my life? Ich kann nicht mal Noten lesen Senfkohl Senfkohl Was will ich mit Sonnenblumen sammen? Hier, das waren die Rüben für, für, äh, Louis Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ansonsten Das war's für heute. So, sonst können wir Zucker machen. Okay. Okay. Hast du eine Zuckerruhe gefunden? Nein, aber ich habe Zuckerrüben geerntet. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum macht sie das im Haus von Louis? Das muss man nicht verstehen, oder? Ja, Louis sieht einfach aus wie Willy Wonka Was passiert eigentlich gerade? Ähm, Klamottenanprobe Ich fände es ja lustig, wenn die Charaktere dann auch gelegentlich in diesen Outfits rumlaufen würden Ich fände es ja lustig, wenn die Charaktere dann auch gelegentlich in diesen Outfits rumlaufen würden Mit wem redest du? Du bist doch schon alle wenigst weg außer mir Wind, ich bin auch nicht, ich bin nicht an ihr interessiert Warum denken alle, dass ich an allen interessiert bin? Ich habe niemandem einen dummen Strauß gegeben Kipp dem Sanddrachen seine letzte Mahlzeit, what? Was war das nochmal? Wir sind schon so hoffnungslos hinterher mit dieser Quest Solaressenz in die Wüste bringen Okay Jetzt machen wir aber, denke ich, jetzt, oder? Sollen wir das gerade machen? Wo ist Kent? Kent ist hier drin Warte, Jodie kann einen Diamanten haben Ja, habe ich schon Geschenke gegeben für diese Woche Kann man seine Kleidung im Spiel wechseln? Ja, kann man Wo ist Harvey? Wo ist Harvey? Wieso ist Harvey nie aufzufinden, weil man ihn mehr braucht? Harvey ist im Museum, warum ist er im Museum? Setz dir Katzenohren auf, ich habe keine Katzenohren Stimmt, ich hätte mal vor der Ernte hätte ich ja auch mal hier das hier einsetzen können Dann wäre die Qualität der Ernte aber mal ein bisschen höher gewesen So Warte bitte, Pam Ich muss kurz in die Wüste So So Wo war hier der Sanddrache Hier ist, glaube ich, das Fossil Wo war hier denn? Wo war hier? Wo war dieser Sanddrache Wo war hier? Wo war dieser Sanddrache Wo war dieser Sanddrache Und wir haben den Sanddrache Wo war hier denn? Das ist ja noch irgendwie lustig. Ach du Scheiße, wie soll ich denn jetzt da dran kommen? Wie soll ich denn jetzt da dran kommen? Hier sind ja auch noch Rare Crows drin. Öl. Wie soll ich denn da dran kommen? Wie viel Delta ruhen darf ich denn gar nicht? Abigail, wir müssen noch zu Abigail, verdammt. Hey Abigail, hier ist ein Amatist mit deinem Namen drauf. Wohin geht sie rum? Abigail ist oben an der Bushaltestelle. So? Untertitelung des ZDF, 2020 Dann packen wir das wieder hier rein. Dann packen wir das wieder rein. Dann packen wir das wieder rein. Wie ein Staub... ...Diamant? Hab ich doch. Wow. Und dann bekomme ich direkt alles. Das ist total sinnvoll, wirklich. Was soll ich damit? So, jetzt kann ich den wegpacken. Mal sehen, ob ich mit der Kiste noch irgendwas anfangen kann. So, jetzt haben wir die Clubkarte. So, können wir irgendwas hier vorne wegschmeißen? Lava-Katana. Darf ich jetzt mal die Vendys spoilern? Was willst du mir denn hier spoilern? Kannst du im Spiel pflanzen? Echt? Erzähl mir mehr. Ja. Ja, will ich noch in mehr von den Crabpods investieren? Einen muss ich, glaub ich, eh selber craften, ne? Eisen-3, Eisenbahn und 40 Schwarz, das ist halt sündhaft teuer. Warte, ihm kann ich noch beschenken. Ich stelle fest, wir erreichen also einen Punkt, wo ich, glaub ich, fast schon 6 Stunden einplanen muss für einen Stadio Valley streamen, das ist nicht gut. Das ist ja gut. Und das ist ja gut. Untertitelung des ZDF, 2020 So, kriegen wir noch irgendwo ein paar Haselnüsse, dass wir für Kent ein bisschen was kochen können. So, kriegen wir noch irgendwo ein paar Haselnüsse. So, kriegen wir noch irgendwo ein paar Haselnüsse. Das war's für heute. So, ich wollte noch irgendwas gemacht haben gerade. Batterie, verfeinerter Quarz und Zwergengerät. Habe ich das nicht sogar? Zwergengerät. Zwergengerät. Ich habe die Zwergengerät. 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 Was zum Fick bist du? Ich hab das aber da nicht hingesetzt. So, noch ein paar Sprinkler mitnehmen. Und die eine React Row. So, noch ein paar Sprinkler mitnehmen. So, dann machen wir nämlich gerade den, den, das Ding. Früher oder später müssen wir es eh craften. Mensch. Das war ich verpasst. Du hast verpasst, dass eine Kuh geboren wurde und du hast beim letzten Mal ja darum gebeten, dass eine Kuh einen bestimmten Namen bekommt. Aber ich hatte den Namen nicht mehr gewusst. Ombärpastete? Wie hast du sie dann genannt? Und ich hab's schon wieder vergessen. 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 Oh ja, kann sein. Das passt auf jeden Fall zu dir. Musik So, dann haben wir das Musik 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 Das war's für heute. haben wir hier? Ja, was soll ich mit der Brücke? Ich mache meine eigene Brücke. So, pass auf. Und Steine? Was ist das? Ah, ich will nicht die Knochen, das Knochenfragment. Ja, super. Was soll ich damit? Außer durch das Teiljagen für Dünger, den ich nicht haben will. Ja, super. Ja, super. So, ich bekomme euch hier heute, was ich will. Also hier wäre das mit den 1000 Steine sammelt für die eine Quest kein Thema. So, ich bekomme euch die Knochenfragment. So, ich bekomme euch die Knochenfragment. Was brauche ich für die Bomben nochmal? Oh, die Ärzte finde ich ja auch hier. So, ich bekomme euch die Knochenfragment. So, ich bekomme euch die Knochenfragment. Wo haben wir denn mal hier Platz, verdammt. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das war's für heute. So, den können wir jetzt auch essen. So, den wir jetzt wiederholen. So, den wir jetzt wiederholen. So, pass auf, jetzt können wir nämlich auch ein paar Megabomben herstellen. Okay. 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 Jaws können wir jetzt machen. Naja, immerhin 19. Wir haben heute 25 von denen gemacht. Pass auf, wir brauchen gerade mal noch Gold. Solaressenz und Schattenessenz, davon haben wir doch massenhaft. So, dann ist das nämlich auch eine Sache. So, kriegen wir nochmal ein bisschen Geld zum Abschluss. Aber das reicht dann auch für heute, wir sind jetzt schon wieder fast 6 Stunden dran. Ich muss gucken, dass ich vor dem nächsten Stardew Valley Stream mal hingehe und mir überlege, erstmal, womit will ich meine Sachen verzaubern, weil wir haben ja jetzt die Möglichkeit und welche Ringe würde ich zusammenlegen. Also ich weiß da leider nicht, was da gute Setups sind, außer den beiden, die wir halt schon haben. Also Ringen des Diebes ist eigentlich mega geil und das Iridiumband hat auch schon mal ein paar nice Effekte, die ich eigentlich nicht loswerden will. Aber dann habe ich ja noch mal einen Ringslot 2, wo man nochmal zwei Sachen zusammenpacken könnte. Und das muss ich mir halt überlegen. Anyway, ich danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.